E-Mail, WhatsApp, Skype, Insta oder lieber klassisch per Anruf? Ob mit Familie oder Freunden, die Möglichkeiten zur Kommunikation sind heute sehr vielseitig. Dasselbe gilt aber auch für die Kommunikation innerhalb des Unternehmens. Durch die Digitalisierung hat sich die interne Kommunikation enorm verändert. Wir werden heute regelrecht mit Nachrichten bombardiert und es wird zunehmend schwieriger, wichtig von unwichtig zu unterscheiden. Wir können es mittlerweile den Mitarbeitern auch gar nicht mehr übel nehmen, wenn die ein oder andere Nachricht sie gar nicht mehr erreicht. Und trotzdem, wenn wir effizient nach außen kommunizieren möchten, muss die interne Kommunikation tadellos sein. Deswegen stellen wir Ihnen in diesem Video einige Instrumente vor, die Sie im heutigen Zeitalter nutzen können, um die interne Kommunikation effizient zu gestalten. Viele Unternehmen senden nach wie vor langwierige E-Mails an die Mitarbeiter, die entweder im Spam enden oder mal schnell überflogen werden. Und somit erreichen die wichtigen Informationen überhaupt niemanden. Deswegen ist es wichtig, die interne Kommunikation auf eine möglichst fesselnde Art und Weise zu gestalten. Und dafür eignet sich Videocontent sehr gut. Wir haben bereits in unserem Visual Storytelling Post erwähnt, dass visuelle Inhalte viel besser von Menschen verarbeitet werden und auch viel besser im Langzeitgedächtnis abgespeichert als textbasierte Inhalte. Und genau das sollte man in der internen Kommunikation auch ausnutzen. Außerdem lassen sich in einem Video auch trockene Fakten mit einer Prise Humor kombinieren und werden somit von allen lieber angeschaut. Es muss auch nicht die gesamte Unternehmenskommunikation in Szene gesetzt werden. Ganz und gar nicht. Selbst wenn der Chef mal schnell zum Smartphone greift und ein Update als Video abfilmt, wird es schon für mehr Resonanz sorgen und auch Abwechslung in die Unternehmenskommunikation bringen. Wir kennen sie alle. Unsere heiß begehrten Emojis. Sie machen jede Nachricht ein wenig authentischer und helfen uns, Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Im Berufsleben dagegen verzichten wir meistens bewusst auf Emojis, um auf professioneller Ebene sachlich zu bleiben. So zumindest die starre Denkweise. Aber warum eigentlich? Warum muss jede berufliche Konversation auf enormer Distanz ablaufen? Gerade in der internen Kommunikation können Emojis ein wenig Pepp in die Konversation bringen. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt jede Nachricht oder jede E-Mail dem Monolog an der Drama Queen ähneln soll mit tausenden Emojis, aber ein klein wenig Emojis können sie durchaus in die interne Kommunikation integrieren. Punkt Nummer 3. Gamification. Unter Gamification versteht man die Verwendung von spielerischen Elementen in einem nicht spielerischen Kontext. Es geht darum, die Spieltheorie auf die Mitarbeiterkommunikation zu übertragen und somit deren Interaktion zu fördern. Kurz gesagt, aus Langeweile und Komplexität wäre Interaktion und ganz viel Spaß. Das kann man bereits durch einfache, simple Formen erreichen, wie zum Beispiel ein Quiz. Das Einbauen von spielerischen Elementen in die Unternehmenskommunikation hilft es aber, trockene Fakten in unterhaltsame Erlebnisse zu verwandeln und somit auch viel besser im Bewusstsein der Mitarbeiter zu verankern. Information schnell und präziser an die Mitarbeiter zu übermitteln, ist heute enorm wichtig, denn viel Zeit bleibt uns allen nicht mehr. Deswegen können auch in der internen Kommunikation Chatbots und künstliche Intelligenz behilflich sein. Einsatzbereiche hierfür wären zum Beispiel die Navigation durch komplexe Themen, Beantwortung standardisierter Fragen beim Onboarding-Prozess oder auch die Unterstützung beim Bewerbungsprozess. Unabhängig davon, wie viele Tools es noch geben mag, nichts wird die Kraft eines persönlichen Gesprächs ersetzen können. Und Sie sollten selbst im digitalen Zeitalter darauf nicht verzichten. Zuhören, sich austauschen und gegenseitig verstehen. Ein persönliches Gespräch schafft viel mehr Transparenz als jegliche geschriebene Nachricht, die sogar oft falsch gedeutet werden kann. Also niemals auf Face-to-Face-Kommunikation verzichten. Für welches Kommunikationstool sollten Sie sich nun entscheiden? Einfach blind nach allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu greifen, wäre auch keine gute Strategie, denn so wird die Kommunikation oft chaotisch und unübersichtlich. Wichtig ist genau abzuwägen, welches Instrument zur eigenen Unternehmenskultur passt, denn nur so können Sie maximalen Erfolg erzielen. Achten Sie außerdem, dass das jeweilige Kommunikationstool ausschließlich für die Arbeit genutzt wird und somit auch gezielte Ruhezeiten erlaubt. Wenn Sie zum Beispiel auf eine interne WhatsApp-Kommunikation setzen, eine App, die auch von vielen privat genutzt wird, werden Sie langfristig auf Unzufriedenheit und Frustration stoßen. Ein Mitarbeiter sollte nicht 24 Stunden am Tag erreichbar sein und ständig mit Unternehmensnachrichten bombardiert werden. Also, die Digitalisierung bietet heute viele Möglichkeiten, um auch die interne Kommunikation abwechslungsreich zu gestalten. Wichtig ist, sich für ein Kommunikationsmittel zu entscheiden, welches im Einklang mit der Unternehmenskultur ist und auch von den Mitarbeitern positiv aufgenommen wird. Nur so kann man maximalen Informationsfluss gewährleisten und auch die Interaktion des Teams fördern. Und falls Sie sich immer noch fragen, wie die interne Kommunikation aktiv zum Unternehmenserfolg beisteuern kann, dann schauen Sie sich doch gerne unser vorheriges Video an. Da besprechen wir nämlich genau das. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss!